Dendrobium ist eine umfangreiche Gattung aus der Familie der Orchideen, die etwa 1500 vorwiegend tropische Arten umfasst. Die Gattung wurde im Jahre 1799 vom schwedischen Botaniker Olaf Peterswarz aufgestellt. Lebensweise und Vorkommen Dendrobien leben überwiegend epiphytisch, vor allem auf Bäumen, gelegentlich auch lithophytisch. Sie besiedeln unterschiedliche Lebensräume auf dem südostasiatischen Festland, den Philippinen, Borneo, Australien, Neuginia und Neuseeland. Sie haben sich dort an eine Vielzahl von Lebensräumen angepasst, die von den Höhenlagen des Himalaya bis zu tropischen Tieflandtregenwäldern reichen. Und sogar das trockene Klima des Landesinneren von Australien umfassen. Morphologie Die Vertreter der Gattung Dendrobium besitzen einen sympodialen Wuchs. Die Keulen, Spindel oder rohrartigen Pseudobulben unterscheiden sich in ihrer Größe sehr stark. Die kleinsten Vertreter der Gattung weisen Triebe von nur wenigen Zentimetern auf. Während die Triebe der großen Arten mehr als 100 Zentimeter lang werden können. Die meist ovalen Blätter sitzen wechselständig. Die Blütenstände erscheinen sowohl an den Kanten als auch an den Spitzen der vorherigen Pseudobulben und sind häufig traubig. Charakteristisch ist eine Kehnbildung unterhalb des Fruchtknotens, sodass die seitlichen Sepalen oft schief stehen. Verwendung Dendrobien werden vielfach als Zierpflanzen kultiviert. Es existieren zahlreiche Varietäten und Hybriden, die insbesondere von zwei Arten abgeleitet sind. Dendrobium nobile, mit Eignung auch für die kühlere Fensterbank und winterlicher Ruhephase. Sowie Dendrobium biegebung mit höherer Wärmebedürftigkeit und ohne ausgeprägte Ruheperiode. Daneben werden Dendrobien auch in der chinesischen Volksmedizin eingesetzt, zum Beispiel zur Stärkung der Darmwege oder gegen hohes Fieber. Galerie Punt 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 Punkt